meine lieben freunde der gepflegten zombie apokalypse seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück auf unserem kanal hier wir gucken uns heute the walking dead destinies an ich spiel es auf der ps5 gibt es aber auch für pc ich packe euch den link unten wieder in die video beschreibung falls ihr da interesse daran haben solltet ich habe mir das spiel auf der ps5 gekauft aus dem playstation store aktuell mit playstation plus 44 noch was so ein ps plus angebot aber ich habe diesen preis nicht komplett bezahlt denn ich hatte noch ein paar gutschein kurz sagen wir so wir werden uns das spiel angucken und ich als riesen fan habe da mega bock drauf es wird sehr wahrscheinlich nicht der grafik kracher sein aber darum geht es noch gar nicht mir geht es vielmehr um diese immersion um die welt und so weiter und so fort und das interessante bei dem spiel ist man kann eine einen alternativen weg gehen ihr erinnert euch zum beispiel in der ersten staffel auf dem dach mit nur da wird der ja fest gekettet mit der mit der anstelle ich glaube das kann man hier ändern und das wird im ganzen spiel so sein dass man halt alternative wege hat so das heißt es bleibt auch völlig offen wer überlebt und wer nicht und wir schauen mal ich bin mir nicht ganz sicher wie weit die story hier geht ich glaube bitte nagelt mich nicht darauf fest ich glaube staffel 1 bis 6 kann auch sein dass es mehr ist aber das erst mal egal wir gucken uns das mal drücken eine beliebige taste und wir sehen schon neue spiel optionen okay wir müssen mal eben hier reinschauen lautstärke mache ich mal ein bisschen runter und euch nicht so schreien für ein körnung ja das lassen wir alles erst mal so das stört uns ja jetzt nicht so neue spiel neuen speicherstand jawohl helligkeit brauche ich ein bisschen mehr denn ich habe schlechte augen filmkörnung standard niedrig aus standard okay schwierigkeitseinstellung der schmerz geht nicht weg man gewöhnt sich bloß an ihnen eine ruhige see macht noch keinen guten seemann die welt versucht zu sterben gegen dem natürlich mittel so und jetzt haben wir hier jede menge acht war heiliger jede menge sachen die wir hier einstellen können da müssen wir uns gleich erst mal rein fummeln aber ich denke das kriegen wir hin du kannst neue fertigkeiten jederzeit freischalten und upgraden danke nach dem herbst akt 1 willkommen zur apokalypse oh ja ich bin dabei episode 1 vergangenen tage krankenhaus verschwinde aus dem raum okay wir spielen quasi den anfang der ersten staffel sehr interessant gut dann versuche ich ich gehe mal weg schicken so brechen ja verschwinde aus dem raum gut dann gehen wir hier mal lang reiche das krankenschwesterzimmer woher ist jeder aha okay ja okay hier wahrscheinlich hier vorne links weiter kann ich ja nicht gehen oh guck mal erdbeermarmelade drücke r3 um dich zu konzentrieren und deine umgebung zu analysieren guck mal das ist so wie bei witcher 3 ne da kriegt man diese interessanten sachen angezeigt ja schmerzmittel okay l1 so haben wir medis genommen und nun sind wir fit nein nicht ganz ich habe gerade schon so ein bisschen panik bekommen ich habe gedacht das spiel wäre jetzt abgestürzt ja gut gut oh hier das das bekannte meme don't dead open inside okay gut schleiche aus dem krankenhaus um das leben zu verlassen alles klar So, hier müssen wir uns duppen, ne? Oh, mit L. Mit L3. Das ist aber ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich. Okay. Guck mal, hier sieht man sogar die Laufwege. Interessant. Oh, muss ich da ganz rumrennen? Kacke. Zombie, guck mal bitte woanders hin. Ich muss da durch. Ei, 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 ei. Okay. Ja, dreh dich um. Dreh dich um, los. Ich krieg sonst Knie, wenn ich hier die ganze Zeit so geduckt hinter dem Leichensack stehen muss. So, der geht jetzt da lang, warte mal. Jetzt muss ich aufpassen. Dreht der andere sich auch mal um? Ja, jetzt. Perfekt. Na, ich bleib mal hier stehen. Bis die sich umdrehen. Ja, so ist gut. Junge, Junge, Junge. So. Perfekt. Haben wir geschafft. Oh, das ist der nächste Shit. Rauch. Gegner können dich nicht sehen, wenn du im Rauch duckst. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich unsichtbar quasi für die. Die haben auch so schlechte Augen wie ich. Sehr gut. Müssen wir uns merken. Dann gehen wir hier lang. Und einmal hier runter. Rolle deinen Weg. Ich kann das so schnell nicht lesen. Durch die Beißer, um den Ausgang zu erreichen. Rolle? Was meinen die mit Rolle? Ich kann das so schnell hin. Okay, ich schleiche über den Parkplatz. Oh, die Mucke, ne? Da krieg ich schon wieder 1A Putenbälle. Ah, guck mal, ich kann die ablenken. Objekt werfen. Das wird mich so distraken. Gott. Oh ja, voll zerfetzt. Okay, da hinten ist der Ausgang, glaube ich. Ja. Da muss ich hin. Okay, wir müssen hier mal kurz warten. Ich muss da, glaube ich, auf die Plattform rauf. Oder? Obwohl, hier ist Rauch, ne? Es gibt zu viele hier. Ich muss versuchen, ein bisschen Profile zu halten. Oh, Flasche. Ach so, ich kann das sogar auswählen. Guck mal. Boah. Das müssen wir fixen. Das ist sehr schwierig, hier zu zielen. Yes. Guck mal, jetzt gehen die alle da rüber. Ich rüber, wenn ich rüberkriege. Bleib hier, auch wenn ich schnell gehen muss. Ich bin verhaftet. So, schnell weg. Ui, 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 ui. So. So. Hilfsherrick Rick Rimes wurde im Dienst angeschossen. Sein Freund aus der Kindheit und Partner Shane Walsh war an seiner Seite. Während Shane verzweifelt um Hilfe ruft, fiel Rick ins Koma. Rick wachte im Krankenhaus auf und stellte fest, dass sich die Welt für immer verändert hatte. Sie wurde von den Toten beherrscht. Er kehrt in sein Viertel zurück, verzweifelt auf der Suche nach seiner Frau Laurie und seinem Sohn Karl. Ah, ja. Kennen wir alles. Aber wie spiel es trotzdem? Du kannst neue Fertigkeiten jederzeit im Fertigkeitsmenü freischalten. Okay. Später an jenem Tag. Ricks Viertel. Episode 2. Hör zu. Oh, oh. Ah, ja, stimmt. Ihn gab es ja auch. Hör zu. Ah. Okay. Durchsuche das Polizeifahrzeug. Ja, das ist gut. Ein paar Klamotten müssen wir haben. Auf jeden Fall. Neu zentrieren. Ah, cool. So, liegt hier natürlich, ne? Direkt so super unfällig. Gerne. Aber gut. So, geh zum Morgenshaus. Okay, wo ist er? Da hinten. Rick, bleib auf diesem Channel, so dass wir sprechen können. Ich bin von dem Ruf. Ja, dann ruf mal. So, ich muss mal... Okay, da kann ich nicht lang. Mal ein bisschen gucken, ne? Vielleicht liegt hier irgendwas. Was wir gebrauchen können. So, wir müssen... Irgendwie in sein Haus. Achso, wir müssen die killen. Achso. Mit dem Messer. Gut, wir lernen jetzt die Grundlagen. Das finde ich immer gut. Okay. Das beste Weg, um diese Dinge runterzunehmen, ist schön und ruhig. Schön und ruhig. Schrauben sie in die Hände. Nicht mindestens, wenn ich das mache. Aber schrauben sie dir viel ausfällt. Beide auf, damit du ausstrahlen kannst, wenn du es am meisten brauchst. Zack. Das Gehirn töten. Schrauben. Zack. Okay, das war easy. Keine Ausdauer mehr. Angreifen, zustechen, stampfen und rollen verbraucht deine Ausdauer. Ah. Okay, verstehe. Beschaffe deine Waffe. Nee, beschaffe die Waffe, ne? Okay. Baseball. Zeit, um die Schäden zu schrauben. Gut. Use die Waffe, um sie zurückzunehmen. Wenn sie stunden sind, dann geht es, wenn du den Kugel in. Okay, ich habe hier gedrückt. Ah, okay. Das Messer ist dann der Finisher, oder wie? Im Nahkampf. Na, komm ran. Mutti, komm. Ja, komm mal, Finisher. Verstehe. Das ist gar nicht mal so, 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 schlecht gemacht. Das heißt, man, äh, man, 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 ähm, spart Munition. Was ja in so einem, in so einem Survival-Spiel gar nicht so verkehrt ist. Guck mal, hier liegt ein neuer Basie. Den nehmen wir auch mit. Aua ab. So. Nutze Adrenalin. Jetzt weiß ich nicht, wie die das meinen. Oder kann ich die jetzt direkt aufstehen? Ja. Oder? Nee. Ach, wenn dein Herz... Ach, so. Ah, hier. Jawoll. Seht ihr das? Dein Adrenalin geht immer wieder, wenn du einen von diesen Walkern hattest, oder zerstörst. Das wird ein bisschen Gesundheit zurückgezogen. Ach, ja, 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 ja. Okay, ich habe es verstanden. Das ist so eine Art super, super, äh, Finisher dann. Aha. Okay. Also ich muss sagen, ich habe ja schon, schon einige Walking Dead-Spiele gespielt, ne? Wie zum Beispiel die Telltale Collection, ähm, und alles, was es davor so gab, aber das war alles, bis auf die Telltale Collection, das war alles Mist. Äh, das hat mir alles irgendwie nicht so gefallen. Ich meine, auch dieser VR-Kram da, das war immer gar nicht meins. Aber das hier, das fühlt sich, auch wenn es jetzt kein, 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 äh, Top-Titel ist, kein Triple-A, das fühlt sich trotzdem gut an. Mal sehen, wie sich das in den weiteren, äh, oh, falsche Richtung, in den weiteren, ähm, Spielstunden so, ergibt hier, entwickelt. So, und was mich am meisten, was mich am meisten interessiert, ist der, ähm, alternative Weg, ne? Also man kann wohl Charaktere sterben lassen, die eigentlich erst viel später sterben oder gar nicht sterben. Ähm, da müssen wir mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. So. Komm ich da durch? Ne. Guck, guck. Ja, der kann da durchgehen, natürlich. Timing muss ich noch ein bisschen üben. Mit letzter Kraft hier. So, das wollte ich haben. Einmal ein bisschen Grütze. Boah, wo müssen wir denn hin? Da vorne, oder was? Ach ne, wir müssen... Ah, okay, warte. So. Wir mussten gerade, ähm, den, den, das Tutorial machen. So, jetzt brauchen wir den... Polizeiwagen. Der ist da hinten. Kann ich hier durch? Ne. Hier vielleicht? Muss ich durch... Ah, warte mal. Muss ich hier durch den... Ne. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Durchs Haus geht auch nicht. Kann ich hier hoch? Nee. Okay, man muss ein bisschen rätseln auch. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, okay, ich hab's gesehen. Man muss da durchcrouchen. Ah. Komm her. Keine Ausdauer. Mensch. Mal eben Ausdauer regenerieren. Warte mal. So. Okay. Einmal hier ducken. So. Ah, ja. Hallo. Stampf. Hopp. Der ist Geschichte. Da liegt nix. Da hinten. Oh, alle beim, beim, äh, Polizalabend. Okay, schau. Da ist ein Polizkruiser am Ende der Straße. Okay, Polizeibagen. Dürfen wir, dürfen wir mitnehmen. Jetzt müssen wir die nur erstmal alle loswerden. Säubere das Gebiet. Ja, sind ein paar, ein paar mehr, ne? Warte mal, den können wir wegstampfen, ja? So. Dann kommt mal her, ihr Schweinebacken. Oh. Oh. Yes. Guck mal. Ah. So. So, schnell weg. Yo, Double Kill. Huh. Okay. So, da sind wir beim Auto. Alles klar. Haben wir die Episode, glaube ich, geschafft, oder? Broadcasting on Emergency Channel. We'll be approaching Atlanta on Highway 85. If anyone can read me, please respond. Hello? I read you. Where are you? Outside of Atlanta. Hello? Hello? Please respond. You're breaking up. Please respond. Okay. Okay. Jetzt ist Rick sauer. Okay. Ricks und Morgenswege trennen sich und sie schwören über Funk, in Kontakt zu bleiben. Morgen erzählt Rick von Gerüchten über ein Militärlager in Atlanta und dass sie überlebenden Schutz bietet. Rick bricht nach Atlanta auf. Als er die Stadt jedoch erreicht, stellt er fest, dass sie von den Toten überrannt wurde. Ihm bleibt nur, weiter nach seiner Familie zu suchen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Okay. So. So. Einige Zeit später. Atlanta, Georgia. Eingeweide. Ah, ja. Ich erinnere mich. Wähle dein Schicksal. Schleiche, Kämpfe oder beides. Es ist deine Entscheidung. Okay. Alles klar. Lori. Carl. Where are you? Talk to me. Guck mal, die warten schon auf mich hier. Okay. Klettern. So. Hier müssen wir mal eben kurz abwarten. Obwohl wir können mal eben, können wir so machen, ne? So, dann können wir die gleich schön von hinten wegmetzeln. Oder auch nicht. Hallo? Hab ich kein Messer mehr, oder wie? Hä? Was war das? Ich konnte mein Messer nicht benutzen. Ach, Mann. Jetzt. So. Okay. Weiter geht's. Uh. Den hab ich nicht gesehen. Aber hier ist es Medizin. Kommt wie gerufen. Hauen wir uns mal eben rein. Ich muss den Öl ausziehen. So. Got it. Flasche? Ähm. Machen wir da hin. Das wird ihn so distrautern. Okay, hat sie nicht gehört. Sie ist taub auf einem Ohr. Na toll. Na komm her. Ah. Ah. Oh. 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 Wir helfen uns. Ich kann das nicht mehr tun. Und zwar. Jetzt ist jeder Schaden tödelig. Alles klar. Gut. Wir müssen erstmal zurück. Und uns ein bisschen erholen. Ach du Scheiße, jetzt kommt die ja auch noch hinterher, oder was? Okay, haben wir geschafft. Gut, dann machen wir das so. Na, komm her. Jetzt kommen die alle hierher. Okay, das ist schon gar nicht so einfach. Und ich hätte wahrscheinlich auch durchrennen können. Die kommt jetzt wahrscheinlich hier um die Ecke, ne? Ah, ja. Aber treffen tue ich sie trotzdem nicht. Shit. Nee. Gut, dann muss ich jetzt wohl wohl oder übel. Boah, Hilfe. Ich werde jetzt nicht kämpfen. Ich werde einfach nur die Beine in die Hand nehmen. Und erstmal hier wegkommen. Vielleicht gar nicht so schlecht. So, hier ist der Checkpoint. Finde einen Weg. Kuckuck. Kuckuck. Vielleicht kann ich durch das Kuck. Nein, wir können das nicht machen. Geh raus, Hilfe! Ich kann das nicht mehr machen. Die rennen die ja echt hinterher, die Viecher. Krass. Aber wir haben den Checkpoint. Das ist schon mal gut. So, einer weniger. Ja. Yo. So, wir sind zornig. Nur schwere Angriffe, kein Ausweichen, kein Schießen. Geh ihm jetzt ein bisschen besser. Wutmanagement. Ich habe keine Kraft für große Schwingen mehr. Geil. Bäm. So, Rick hat einen Hals jetzt. Okay. So, wir müssen jetzt finden, einen Weg voranzukommen. Ah ja, durch den Bus. Das heißt, hier die Sachen kaputt hauen, oder? Ja. Haha. Siehste, geht doch. So. Okay. Okay. Nein, hau ab! So, mal eben. Oh, das ist schon der nächste wieder. Oh, das gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen uns kurz erholen. Wir sind in Panik. Welch aber auch. Jetzt sind wir zornig. Ja, das war das erste Mal down. Medizin wäre jetzt nicht schlecht. Okay. Das probieren wir nochmal. So, wieder durch den Bus. Ich nehme mal hier die Flasche mit. Ich nehme das, danke. Das wird uns distrackern. Hat nicht geklappt. Schade. Ah, da sind mehrere, ne? Okay, vielleicht doch nicht so geil, da lang zu gehen. Äh, pass mal auf. Wir gehen mal... Wir gehen mal... ...dessen Weg. Ja, das ist gut. So. Komm her, du Sack. Okay, einer weniger. Schön. Schnell aus dem Sichtfeld. Der hier nervt. Aber gut, haben wir auch. Klasse. So, jetzt hier hinter. Pass auf. So, jetzt haben sie uns gesehen. Aber wir haben gut welche ausgeschaltet. Das ist doch mal was. So. Okay. Okay. Also man merkt, dass man, äh... Ausdauertechnisch echt aufpassen muss. Was ich aber auch verstehen kann. Wenn man da so mit dem Baseballschläger die Köpfe... Köpfe zersmasht. Da kann das schon anstrengend sein. Also das... Das sieht einfach aus. Gerade wenn so... Wenn so mehrere da kommen. Aber ich würde es nicht als einfach bezeichnen. Man merkt schon... Ne, dass man hier auch... Ein bisschen Taktik braucht. Zumindest bis man eine Waffe kriegt. Ne, ich denke mal, wenn man nachher irgendwie eine Waffe hat, ist es vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Da durchzukommen. Oder auch schwieriger. Weil man dann die Viecher hier auch anlockt. Guck mal, da sind jetzt schon wieder eins, zwei... Drei, die ich sehen kann. Okay, da kommt die erste schon wieder angerannt hier. Okay, die haben wir gut getroffen. Und da hat sie mich. Aber kein Problem. Schnell weg. Da war die Ausdauer wieder runter. Zack. 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 So, kurz erholen. Alles voll hier mit den Viechern, ey. Wahnsinn. Und da vorne ist Medizin. Glaub ich zumindest. Ja. Okay. So, dann nehmen wir uns... ...den hier. So. Da drüben ist noch einer. Kann ich hier vorbei? Ne. Kann ich nicht. Ist aber nicht schlimm. Guck mal hier. Hallo. Hallo. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Jawohl. So. Keine Ausdauer. Also die Kombination mit... ...Baseballschläger und Messer funktioniert gut. Man darf nur nicht seine Ausdauer aus dem Auge verlieren. Dann ist das schon wieder kacke. Guck mal. Den... Den wollte ich jetzt schön so... ...abstechen. Hat nicht geklappt, ne? Ich muss es leider so machen. Wenn hier auch. So. Okay. Gucken wir auch mal eben, ob hier irgendwas rumliegt. Ah, hier Mülltonne. Okay. Oh, hier. Fertigkeiten. Alter. Achtung, Spoiler. Wir können auch irgendwann ein Land spielen. Hahaha. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool hier. Muss ich echt sagen. Interessant. So, dann klettern wir mal. Ich finde einen Weg durch die Horde. Ach, guck mal. Da ist der Panzer. Wir erinnern uns, ne? Ich glaube... Warte mal. Kann ich vielleicht... Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht... ...durch den LKW da irgendwie rankommen. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich die ablenken. Mal eben gucken. Mal das Ding da hinten hinschmeißen. Das wird ihn distraken. Will ich ziehen? Komm ich hier jetzt irgendwie rüber? Ne. Okay. Okay. Vielleicht... ...muss ich irgendwo anders lang. Ne, geht auch nicht. Hä? Finde einen Weg durch die Horde. Ja, wie denn? Kann ich das Ding schieben? Ah, okay. Ich kann schieben. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Mal hier. So. Genau. Schieben wir das Ding da ran. Dann klettern wir rauf. Dann können wir hier rauf. Und hier. Und dann gucken wir... ...auf die Horde und sagen, fang mich doch. Du Eier doch. So. Nein! Nein! Äh... Hilfe! Ja! Das kommt davon, wenn man sich zu früh freut, ne? Wie soll ich denn da so schnell zum Panzer kommen? Muss ich... Muss ich mich da wirklich durchrollen? Nein! Geh weg von mir! Hilfe! Ich kann das nicht mehr tun! Geh weg von hier! Nein! Alter! Okay, das ist... Das ist knackig. Entweder schnell sein oder kämpfen. Mein Blut ist... Hm. Könnte ich hier runterspringen? Nee. Oh nein, ich kann hier nicht... Oh, warte mal. Nicht die vielleicht hier... Ja, ich treff die sogar. Guck mal. Geil. Letzter Atem. Zwar ein bisschen cheesig, aber in der Nulltung. Das so. Die Frage ist nur, ob da jetzt immer wieder neue kommen. Oder ob wir die einfach nur alle wegmetzeln müssen. Bats! Voll auf die Rübe! Na? Alter, voll der Haufen da schon, ne? Guck mal. Voll der Klumpen. Klumpen Gammelfleisch. Werden das weniger oder werden das immer mehr? Ich hab immer so das Gefühl, dass das nicht weniger wird. Ah, doch. Oder? Rick ist sauer. Ah, komm her. Ah! So. Ah, es ist weniger geworden. Aber jetzt treff ich die auch nicht mehr. Ah, den noch frei. Okay. Jetzt machen wir das, äh... Ganz schnell. Wir laufen... Einfach hier lang. So. Yes! Guck mal. Hat geklappt. Das ist doch mal was. Glenn Rie... Ach so, jetzt spielen wir Glenn, oder was? Okay. Dann treffen die sich gleich, wahrscheinlich. Oh Mann, der Mann ist schraubt. Aber wenn ich zur Mainstraße komme, kann ich ihm helfen. Ja, genau. Der wird ihm jetzt helfen. Oh. Nein, ich bin runtergefallen. Kacke. Der flinke Glenn. Aber er ist... Er ist nicht so... Nicht so robust wie Rick, glaube ich. Oder? So, jetzt bin ich hier runtergefallen. Wie komme ich denn da wieder hoch? Wahrscheinlich hier, ne? So. Na komm. Hoch mit dir. Ach du Heiliger. Okay, wir müssen drumherum schleichen. Huch. Ich will aber nicht schleichen. Ich will die alle zerhacken. Zack. Tschüssi. Oh, da komm ich... Ah! Hau ab! Fuck wie? Da muss man echt schnell sein. Da muss man echt schnell sein. Hau ab! Oh, komm! Ich will das. Boah! Hau ab! Komm! Nimm! 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 super Blick. Okay, hier waren wir schon, ja? Guck mal, das ist so geplant, dass man hier runterfällt. Freunde, das soll so sein. Zack. Zack. Okay. Kann ich hier jetzt hochklettern? Oder muss ich... Nee, ich muss wieder auf die andere Seite, ne? Auf den blauen... Dingens hier. So. Okay, warte mal. Dann... vorbeischleich. Schlauch' die Walkers! Ein Stück Kacke! Ein Stück Kacke! Du siehst mich nicht. Okay. So, und jetzt wieder weg. Weg, 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 weg. Das sind zu viele. Shit. Okay. Weg, weg, weg! So. Ja, einer weniger. So. Komm her. Zack. Nein, geh weg! Geh weg! Ich geh mal hier lang. Und er ist trappet. Was für ein dummer Mann! So. Sehr gut. Fertigkeitspunkte. Sammle Spezialobjekte, um Fertigkeitspunkte zu erhalten und neue Fertigkeiten im Schicksal im Menü freizuschalten. Oh! Okay. Plünderer, Kosten eins. Baseballschläger-Taktik. Achso, muss ich auch aufsammeln. Alles klar. Cool. Neuer Baseballschläger, komm mal mit ihm. Walkers zusammen und auf der leften. Ich kann starten da. Erreiche ihre Atenung. Erreiche das Feuerwehr. Ach ja, ist doch hier. So, warte mal. Jetzt haben wir hier einen Punkt, ne? Zwei sogar. Okay, jetzt können wir hier auswählen. Entweder Glenn, Schleichen 1, Bewegungstempo. Oh, das ist gut. Ich hab nicht genug. Warum hab ich nicht genug? Hä? Ach, Kosten vier. Okay, ich könnte bei Rick machen. Plünderer erhält plus drei Munition. Das ist gut. Das machen wir. Oder? Was kostet das? Ein? Ja. Das machen wir. Das wird uns später auf jeden Fall helfen. Und Baseballschläger-Taktik. Ähm. Schlage... Ja, Schlagebeißer nieder. Das wird großartig sein. Sehr gut. So, zählt jetzt aber nur für Rick. Logischerweise. Ja. 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 So weit, so gut. So weit, so gut. Yes. Guck mal, ist aber bis jetzt gut durchgekommen. Müssen wir aufpassen. Dass wir nicht zu unvorsichtig werden. Wir haben nämlich nicht mehr viel Energie. Schalte die Sirenen ein. Okay. Zack. Kann ich hier rein? Nee. Schade. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Sirenen einschalten. Nein. Da war ich zu langsam. Hat man genau gesehen gerade. Okay, wir sind in Panik. Das heißt, wir gehen ein Stück zurück. Wir haben hier ja schon gut aufgeräumt. So, pass auf. Jetzt geht's uns besser. Guck mal, die winken. Die kommen hier nicht durch. Die sind zu dick. So. Einer weniger. Ja, guck mal, der Kollege, der da am Wagen lehnt, der hat den den Weg versperrt. Der eine kommt da nicht vorbei. Das ist ja cool. Also, für uns auf jeden Fall, für die Viecher nicht. Weil die da halt jetzt verbuggt sind, ne? Aber gut. Halb so schlimm. Wir wollen uns nicht beschweren. In der Zombie-Apokalypse nimmt man das, was man kriegen kann. Boah. Los geht's. Und jetzt kommen sie alle, ne? Der arme Glenn. Ich bin mir als Rick-Walter wahrscheinlich. Findet die Treppe, die auf das Dach führt. Geht lang, oder wie? Geht lang, oder wie? Geht lang, oder wie? Betäubungsgranate. Ich hab keine Granaten. Wo soll ich die denn hier haben? Geht lang, oder wie? Ich muss den Dach wegnehmen. Boah. Moment. Ah, Mann. Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, ich gehe nach dem Rooftop. Es wird nicht ohne einen Faden. Da müssen wir hin. Okay. Nein. Shit. Okay. Letzter Checkpoint. Bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Wir machen ja wie immer bei neuen Projekten eine Stunde. Also, wir sind jetzt bei knapp 54 Minuten. Das heißt, ein bisschen kommen wir noch. Außerdem würde ich das jetzt schaffen. Deswegen, äh, ne? Ihr wisst schon. So, also. Geh einfach die Gasse entlang, ja. Okay. Komm her. Jo. Das war gut. Guck mal, hier sind auch noch welche. Und da liegt was. Ist das ein Fertigkeitspunkt? Warte mal. Irgendwas lag hier. Jackpot. Vier Stück. Jo. Vier Fertigkeitspunkte. Geil. Können wir hier ja rein theoretisch. Ja. Können leveln. Revolverschaden. Baseballschlägerstoß. Das wird in Hande kommen. Aha. Erhöht Baseballschlägers Schaden um 30. Ah, okay. Reimlich genug. Das kostet 11. Ah, okay. Das wird immer teurer. Alles klar. Dann gehen wir hier weiter. Medizin ganz wichtig. So. Zack. Hau ab, du Schweinebagger. So, komm her. Ah, wieder keine Ausdauer, ne? So, jetzt. Ruhe. Nice to know, there are still decent people in the world. Puh. Dixon, are you crazy? Hey. You want to be more polite to a man with a gun, huh? Only common sense. Man, you waste bullets we ain't even got. And you'll bring walkers down on our ass, man. Just chill. You think I'm gonna start taking orders from you? Den haben sie gut getroffen, bro. That'll be the day. That'll be the day. Oder beide eigentlich. Man erkennt sie sofort. You want to tell me? I'll tell you the day. That'll be the day I'll take orders from my life. I pull this trigger. It'll be the best use of ammo all day. Come on. Anyone gonna do something? Okay. Ja. Okay. Das ist das jetzt, was ich meine. Bestimmende Entscheidung. Entschärfe die Situation. Lege Merle Handschellen an. Wir machen das mal. Wir machen das mal. Wie in der Serie. Dieser Kerl braucht erstmal eine Auszeit. So. Shit. Merle oder T-Doc? Ja. Ja. Okay. Okay. Jo, nach dem Ausbruch, als Rick im Koma lag, kümmerte sich Shane um Ricks Frau und Sohn, als wären sie seine eigene Familie. Da sich Rick für Tod hirten entwickelten, Laurie und Shane Gefühle füreinander und begannen eine romantische Beziehung. Gemeinsam schlossen sie sich eine Gruppe von Überlebenden an, die ihr Lager kurz vor Erkletter aufgeschlagen haben. Mhm. So, Freunde. Da wollen wir mal gucken. Jetzt spielen wir mal wahrscheinlich als Shane oder Carl oder Laurie, denke ich mal. Ganz in der Nähe. Episode 4. Oh. Da wird geknutscht. Okay. Ihn haben sie auch gut getroffen, finde ich. Bei Rick bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob die da keinen Bock hatten oder ob das irgendwie... Ob das irgendwie andere Gründe hat, weil manchmal sieht er echt gut aus. Und manchmal sieht er irgendwie so irgendwie nicht aus wie Rick. Das finde ich ein bisschen schade. Can't go back just yet. Need to find some food for the camp. Ist ja auch kein AAA-Titel, von daher passt das schon. Aber ich würde sagen, wir haben viel geschafft in dieser ersten Folge. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt für die erste Folge ein Päuschen. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Spiel. Also ich habe mich ein bisschen darauf gefreut und ich sage es mal so, wie es ist. Es ist nicht perfekt, aber das macht Spaß. Es macht einfach Spaß, sich da durchzuprügeln, durchzuschleichen und zu gucken, was man da für Entscheidungen hat. Und was ich besonders gut finde, ist das mit den Skills hier. Also, das finde ich auch klasse. So, und jetzt steht hier auch, Schicksale beeinflussen Fertigkeiten. Du hast dein Schicksal gewählt. Einer der Charaktere hat die Gruppe verlassen und du kannst seine Fähigkeiten nicht mehr freischalten. Wenn ein Charakter stirbt oder die Gruppe verlässt, behältst du freigeschaltete Fertigkeiten, aber willst keine weiteren Fertigkeiten vom Baum dieses Charakters freischalten können. Damit meinen wir jetzt hier, dass Merl jetzt raus ist. Dafür aber T-Doc drin. Sehr interessant. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie das weitergeht. Ich bin positiv überrascht. Noch. Kann sich vielleicht auch noch ändern, das weiß ich nicht. Aber ihr wisst ja, ich brauche nicht diese hammerharten Grafik-Spiele. Ich finde, das ist in Ordnung. Aber gut, zu viel gequatscht. Wir machen jetzt hier ein Päuschen. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns bald mit einer neuen Folge wieder. Und dann geht es hier weiter mit The Walking Dead Destinies. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer. Tschö. Mit Ö. Mit Ö. Tschö. Tschö. Vielen Dank.